Ich hab die Nase satt von euch. Ciao. Ups. Und viel Spaß bei euren Lehren, weil ihr auch so intelligent seid. Viel intelligenter als ich und die anderen. Ja, ja, ihr seid so... Besonders du, Sophie. Und jetzt ist sie auch noch weg. Sophie, du kannst wieder runterkommen, sie ist weg. Oh, Halleluja. Endlich ist sie weg. Hier, lern du mal die Vokabeln. Hey, lass mal sehen, ich überprüfe es mal. Du kannst dabei die Vokabeln lernen. Oh Gott, bist du dumm. Was? Drei mal dreißig ist nicht neunzig. Äh, doch. Drei mal drei ist, äh, äh. Ja, genau, drei mal drei ist neun. Wenn man den Nullern noch dran hält, sind es neunzig. Ja, mein ich doch. Du bist aber auch voller der Mathe-Genie. Heißt es nicht das Mathe-Genie? Dein Deutsch. Ein Mathe-Genie halt. Der Mathe-Genie, das Mathe-Genie. Das. Hä? Das heißt der Mathe-Genie. Das Mathe-Genie. Ach, Mann. Lern doch mal Deutsch. Es heißt der Mathe-Genie. Das Mathe-Genie. Nein, der Mathe-Genie. Boah. Google es doch mal. Google. Äh, äh. Du. Oh Gott. Bella. Soll ich dir mal sagen, wie strott dumm du bist? Ich bin dumm. Ich soll dumm sein? Äh, ja. Ich hab zumindestens, zumindestens ein Zeugnis voller Einser. Ich auch. Und was ist mit Sport? Mann, du weißt es jetzt auch noch? Äh, wir sind beste Freundinnen schon vergessen. Halleluja. Weißt du was? Du kannst mich jetzt mal. Du denkst, du bist irgendwie was Besseres als ich und als du. Wer denkt das denn? Du? Nein, du. Du Mathe-Genie. Außerdem heißt der Mathe-Genie. Das Mathe-Genie. Das Genie. Oh. Der Genie. Ja, der Genie. Du bist auch der Hund. Oh, ich möchte das Hund. Siehst du, ich mache keine Fehler. Nicht mal absichtlich. Ich mache doch die ganze Zeit die Fehler absichtlich. Ja, und ich bin das Katze, ne? Bye. Ja, bye, bye, bye. Es ist sowieso schon bald zehn, glaube ich. Ja, ja, bye, 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 bye. Und ciao. Ich bin jetzt weg. PS, du bist jetzt ganz allein hier. In diesem wundervollen Haus. Du Klugscheißer. Jetzt kannst du dein Deutsch verbessern. So schlecht wie du bist. Schlecht? Schaut dich doch mal an. Ich soll mich mal anschauen. Ja, ja. Wer soll sich wen anschauen? Du sollst dich anschauen. Ja. Ich bin wunderschön. Ich bin clever, schlau, intelligent. Und ich kann zumindest gut singen. Im Gegensatz zu dir. Hey. Du weißt doch ganz genau, dass ich eine super Sängerin bin. Es geht doch mal weg. Hallo, das ist mein Haus. Geh du doch weg. Oh, äh, ja, bye. Weißt du was? Du kannst jetzt gehen. Ja, weißt du was? Das mache ich auch. Und weißt du, was ich auch noch mache? Ich lasse die Tür offen, damit du sie zumachen kannst. Haha, bin ich böse. Haha, ich bin böse. Oh, du kindische Sau. Oh.